Hoffentlich wird die gute Lara hier nicht auch so verrückt wie dieser Typ aus dem letzten Part. Ja, was mich leider ein bisschen traurig gemacht hat. Wir haben das Siegritt nicht bekommen. Ja, das ist sehr schade. Das ist richtig schade. Nicht wundern, warum ich hier direkt die Waffen ziehe. Ich kann mich daran erinnern, dass hier etwas gewisses im Busch wartet. Böses im Busch. Ja, es ist böses im Busch. Wo sind hier Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Das Böse. Na, ich weiß doch. Ich fand das echt ein bisschen doof von den Entwicklern. Ist das eine Schlange? Yes, und wenn die einen beißen, dann ist man vergiftet. Oh ja, sehr nett. Der uns einfach so rausgeschmissen hat. Einfach aus dem Level. Ich dachte ja eigentlich, wir kriegen noch das Secret. Das macht mich immer noch traurig. Ja, mich auch, aber gut. Hier ist das ja eh ein bisschen anders mit den Secrets, ne? Ja, das war halt echt so. Ich hab halt so oft gehofft und ich hab's ja auch die ganze Zeit erwähnt. Ah, hoffentlich kriegen wir das Secret. Oh, hoffentlich, oh, hoffentlich, oh, hoffentlich. Wehe, wir bekommen das nicht. Oh, 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 das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm gewesen. Und die zerfleischen, Ju. Yes, verdammt. Äh, kommen wir da nochmal raus? Wenn nicht, ist das doof. Naja, gut. Immerhin wieder auf Land. Ein Medipack. Oder was ist das? Ja, ein Medipack. Gib das her. Also irgendwie ist mir auch in den letzten Parts aufgefallen, dass ich viel zu laut gesprochen habe und Nico zu leise geworden ist. Deswegen hab ich einfach mal zu Nico gesagt, er soll sein Mikrofon etwas näher an den Mund tun und hoffentlich ist das jetzt nicht so, dass er jetzt wesentlich zu laut ist. Also ich hoffe mal nicht. Ich spreche jetzt einfach so wie normal immer und ich versuche halt auch nicht lauter zu werden, ne? Ja, welcher ist das? Und ich darf ja auch nicht lauter werden. Das müsst ihr euch mal denken. Nicht nur das Spielen muss man drauf achten, auch dass man nicht zu laut wird. Zwei Sachen, die ein Letzteskirchen können. Hoppela. Böse Schlange. Sehr böse Schlange. Ui. Das war jetzt not so nice. Das war nicht nice, nee, nee. Aber irgendwie, ja Lara, knie dich einfach mal hin, wenn du ne Fackel ziehen sollst, du Nudel. Nur irgendwie mein ich das nur, da ist das Spiel extrem dunkel auch. Ähm, 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 äh? Seid ihr noch, äh, angepieselt? Äh, äh, ja. Äh, und was wäre, wenn man die im ersten Part, äh, ersten Part, im ersten Level nicht töte? Äh, keine Ahnung, aber diesen einen Affen, den scheint man ja töten zu müssen. Ach ja, stimmt, wegen diesen Schlüssel da. Da könnt ihr uns übrigens auch mal aufklären, ob man diesen Affen wirklich hätte töten müssen, oder ob es auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Oh, oh. Ja, wir wollen ja nicht den ganzen Dach raten. Nee, aber das hier sieht irgendwie nach Falle aus, ne? Die Kameraeinstellung, das ist komisch. Boah, Kamera, hör mal auf, so ekelhaft zu sein. Ja, irgendwie schon. Aber sind da nicht die Fische drin? Jo. Ja. Jetzt stellt sich mir natürlich nur die Frage, kommen wir gleich da nochmal zurück, wo wir waren? Weil da haben wir bestimmt schon wieder irgendwas vergessen. Scheiße ist das. Na gut, ist das nicht. Boah, Kamera, jetzt ernsthaft, hör auf. Da war doch so ein... Da ist die Insel in der Mitte. Da kommst du aber nicht hin, wegen dem Strom da. Ja, auch so, aus dem Wasser ist es auch viel zu hoch. Also wir könnten höchstens versuchen, von da hinten darüber zu springen. So, Fischis, bleibt mal schön weg, ne? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Die kann man auch leider nicht abballern und wir sind tot. Mit den gezogenen Waffen ist sie gestorben, geil. Boah, ey, Lara hat auch lilanes Blut. Ja. Na ja, gut, jetzt können wir uns dafür aber hier noch etwas umgucken, deswegen war das auch so geplant, Zwinker, dass wir jetzt sterben, Hust. Ne? Ja, auf jeden Fall, das war alles so geplant. Oh Mann, ja komm her, Schlange. Komm. Lara, du hättest mal ne Flöte mitnehmen sollen. Ach so, wegen dem Schlag, die war doch vorher nicht da. Ne, wir sind auch jetzt übrigens vergiftet. Das zieht uns jetzt, glaube ich, eine Zeit lang was ab, aber... Ach siehste, da ist ein Hebel. Oh. Hebel. Ah, hat irgendwas aufgemacht. Ähm. Ah, ich glaub da... Ah, das Ding. Ach, jetzt können wir wieder zurück, oder? Ja. Ach, da war auch noch was. Wie kommen wir von oben? Aber wie kommen wir da hoch? I don't know. Irgendwie muss das ja geben. Ja, Lara, so nicht. Vielleicht fromm sehr. I hope it. Da rutscht sie bestimmt. Mhm. Das ist der Problem of the life. Ja. Immer wenn man Probleme hat, dann hängt man. Hm. Und rutscht. Tja. Irgendwie kann's das ja... Da sind wir eben hochgegangen. Und dann direkt da ins Wasser geflutscht. Das war wohl nicht so. Das war... Nee, oh, und das zieht uns auch immer weiter Leben ab. Wir sollten mal... Hört das dann auf? Ich hoffe, das bleibt... Ja. Also man muss tatsächlich dann... ...ein Medipack nehmen. Okay. Man ist gezwungen. Ja, aber da muss man doch irgendwie hochkommen, Mensch. Das gibt's doch nicht. Mit Magie. Mit Magie, ja. Leider sind wir hier nicht in Harry Potter, aber... Naja, wir werden wohl oder übel wieder ins Wasser springen müssen. Jo. Äh, Lara, danke. Du solltest diesen schönen Sprung gerne machen. Ja, da ist wieder diese Strömung. Naja. Das ist ja auch okay. Das ist in Ordnung. Und wieder davor gebumst. Also darf ich bei Tomb Raider 2 gar nicht beschweren. Das sind ja hier die Level viel unübersichtlicher. Ja, irgendwie meine ich das auch, dass die hier... Vielleicht kommt uns das auch nur so vor, weil wir das Spiel gar nicht kennen. Ja, nur was nützt einem das, dass man da dann wieder zurück... Ach, falls man den hebt... Oh, guck mal. Guck mal, wir schmeißen dir mal eine Fackel hin, bitteschön. Stört dich das nicht? Am Ende so... Schöne Zähne. Ja. Die war jetzt irgendwie süß. Wenn die nichts macht, dann ist die echt süß. So, ihr Äffchens. Kommt hier rein, dann töten wir euch direkt. Weil Agro sind sie ja sowieso. Die schreien so erbärmlich, wenn man sie erschießt. Das ist nicht so toll. Naja, aber ich meine, das tut denen ja auch weh, ne? Naja, klar. Achso, wir sind ja ins Wasser gegangen, aber die haben uns da voll erwischt, die Viecher. Oh, die Kamera ist echt dumm. Ah, wir müssen ganz schnell sehen, dass wir da auf diese... Aber was nützt das? Da liegt auf jeden Fall was drauf. Das wollen wir haben, aber wie? Das ist ein Medi-Pack oder noch irgendwas anderes. Vielleicht von dem Baum da oben. Vom Seboom? Hm, aber wie? I don't know. Aber das könnte ich mir jetzt nur irgendwie denken, weil da jetzt schnell rüber zu hüpfen oder was weiß ich, rüber zu schwimmen, da wirst du ja zerfleischt. Oder hier einfach springen. Einfach springen, einfach springen, springen, springen. Okay, so, dieses Mal sollten wir das tun. Das gibt sowieso nichts. Also ihr wisst ja, ich tue Noxy gerne in den To... Danke. Danke, das war mal hilfreich. Ha, das war mal hilfreich. Ja, wie du gerade schon sagen wolltest, du lässt uns auch schon mal gerne sterben. Ja. Da ist ein Hebel. Das war eigentlich auch mein Ziel, jetzt bin ich traurig. Oh Gott, also da hinten liegt nichts. Ah, da unten ist dieses Tor, wo wir von der anderen Seite eben davor geklebt haben. Brr. Ja, hm. Where we are going. Ja, am besten da drauf und dann... Oder wir versuchen direkt da hinten hin zu schwimmen, weil da beißen uns die Fische links. Aber dann am besten, wenn die Fische weg sind. Weil die schwimmen ja sehr schnell. Wo sind denn die? Die sind gerade weg, ne? Ja. Nein, da sind sie gerade wieder gekommen. Verdammt. Das wusstet ihr doch, das wusstet ihr doch. Uh, aber wir haben es... La, 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 ne? Schau. Hui. Glück gehabt. Das war knapp, ne? Ja. Aber die machen ganz schön viel Damage. Ja. Das hat ein Gitter aufgemacht. Bestimmt das unter Wasser, right? Yes, das ist hochgefahren, ne? Am besten... Wir, äh, sprinten darüber. Sprint, äh... Oder so. Haha. So geht's drauf. Blöden Fische. Das lassen wir nicht mit uns machen. Nein, nein. Was zum Teufel soll das nützen? Dann sind wir doch nur wieder auf der anderen Seite. Na gut, Leben lohnt sich noch nicht zu nehmen. Wir sollten nochmal speichern. Das ist echt ein bisschen... ...unübersichtlich. Oh, Mist, das ist zu. Scheiche. Uh, das sind... Wenn wir sterben, dann ist egal. Wir müssen uns hier ja auch mal ein bisschen umgucken. Leben. Zu spät. Gerade auf die Escape-Taste aber, das war leider too late. Was mir gerade aufgefallen ist, die, äh... Das Hemd von Lara, also das Hemd, die Bluse, die sieht genauso aus wie die Fischi. Hm, das stimmt. Also die Farbe. Ja. Und nu? Hat sie sich einen draufgeklatscht, damit die Farbe entsteht? Äh, ja. Ähm, ja. Es muss ja auch irgendwas zu bedeuten haben, dass die Kamera hier so bekloppt ist. Da oben ist was. Ah, ja, danke. das ist schrott munition i think und noch was anderes was ist das ein secret no es hat nicht die lünn gemacht was war das das gibt es eigentlich hier drin also gucken wir raketen oh damit können wir die fische zerballen hier gibt es vier secrets okay wir haben schon 90 verbrauchte munition okay aber so viel keine ahnung da ist zu kann man da auch noch drauf rumlaufen wenn wir schon mal hier oben sind nein natürlich nicht warum auch ja da unten sind wir hergekommen aber das kann doch jetzt hier nicht schon alles gewesen sein oder das ist doch scheiße naja das ist wieder die unwissenheit dass wir halt nichts wissen ja also unter wasser das ding aber hier war doch sonst kein tor was aufgehen könnte oder ist da im wasser aber irgendwas ist doch aufgegangen hast du gesagt was ist denn aufgegangen sollen wir noch mal zurückgehen ich denke nicht dass das bringt oder ja aber was soll es hier bringen hier ist ja auch nichts mehr also wir kommen nirgendwo hoch das tor unten im wasser ist zu und sonst ist im wasser nichts das sieht da vorne so aus als könnte man da rein schwimmen ja wie drei in sinnen wir werden sehen ob es geht vielleicht werden wir wieder zu fleisch wahrscheinlich mit sicherheit sogar nein hier kann man nicht rein schwimmen aber da war was aber da ja das meinte ich genau leben groß klein 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 ja diese blöde fraps anzeige die versperrt einmal auch übelst den weg hoch hoch schneller lara danke ohne äffchen im so sorry also entweder war das gerade noch die höhle was ich da gesehen habe oder weiß ich nicht weil da war nämlich noch irgend so ein ding also ich weiß nicht was das war aber da ging es glaube ich auch noch rein sollen wir noch mal zurück bitte sagt nein bitte sagt nein ich würde es riskieren so klar ja kommen noch mal speichern auch wenn wir jetzt 1000 mal gespeichert haben aber wenn wir verkackeln dann können wir immer noch mal laden so bitte weg ansagen wo du hin willst ich kann wieder so gut den weg ansagen das ding da gesehen nichts ja aber da ist doch nichts recht nicht nein die textur war so anders das wusste nie naja das war das was was wir von oben schon gesehen haben verdammt leben das ist jetzt verschwendung nein wir werden das nicht laden wir haben es verkackt weil ja jemand gewisses unbedingt nachgucken wollte und deswegen ist das jetzt so ja ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020